Wäre da nicht der Titel Grand Nu, großer Akt, wir kämen wohl nicht auf die Idee, diese 1962 entstandene abstrakte Komposition für ein Aktgemälde zu halten. Der Künstler Jean Faudrier hat die Leinwand mit handgeschöpftem, saugfähigem Papier beklebt und dann im Zentrum eine dicke Schicht helle Ölfarbe aufgetragen. Darüber hat er mit Schwung breite, dunkle Linien gezogen und zum Schluss mit leichter Hand rosafarbene Pigmente auf die Malschicht gestolpt. Das zarte Rosa bildet einen reizvollen Kontrast zu dem massiven Farbrelief. Der Farbton erinnert noch am ehesten an ein Aktgemälde. Jean Faudrier gilt als wichtiger Vertreter des Informell, einer nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Stilrichtung. Ihr Kennzeichen ist eine abstrahierende, gestische Malweise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017